Ich grüße euch in mein Tagesenergie am 30. Juli 2017. Die Energie des Tages ist die vertraute Umgebung bewusst wahrnehmen, weil da liegen die Schätze. Und wir sollen auch diese Schätze aufheben und die richtigen Entscheidungen treffen. Eine gewisse Spannung ist heute spürbar und es verursacht die heutigen Halbmondposition. Wer jemand darüber mehr erfahren möchte, da habe ich eine extra Aufnahme veröffentlicht. Halbmondhoroskop. Und wie liegt die Energie ansonsten? Die Gleichgewicht hält die Tierkreis seignen Skorpion und die Tierkreis seignen Stiergeborenen. Sie geben gerade die innere Ruhe und in innerer Ruhe liegt die Kraft. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten bei Skorpion-Geborenen, aber auch bei Jungfrau-Geborenen. Glück haben gerade die Wiedergeborenen, auch die Zwillingsgeborenen, besonderes was die Liebe-Partnerschaft betrifft. Aber die Zwillingsgeborenen sollen sie sich auch frei bewegen, weil sie brauchen gerade Luft. Wichtige Entscheidungen treffen auch die Schützengeborenen und es ist wichtig, die Orientierung und auch, dass sie selbst diese Entscheidungen treffen, weil das kann eine Art Befreiung sein bei den Schützengeborenen. Ungerechtigkeit, damit können die Steinbock-Geborenen rechnen, aber auch die Wagen-Geborenen, trotzdem sollen sie die innere Ruhe bewahren. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen dürfen gerade erlauben etwas lauter werden und was ich empfehlen würde für die Löwengeborenen, auch mal hinter den Kulissen schauen, was für Gespräche laufen hinter ihren Rücken. Wenn jemand wissen möchte, wie wirkt die heutige Tagesenergie bei den einzelnen Tierkreis zeichnen, dann empfehle ich mein Tageshoroskop, weil da erkläre ich das ausführlicher. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.